Was geht ab, Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game. Und zwar nennt sich dieses Poppy Playtime. Ich hab wirklich keine Ahnung, was das ist. Aber ich hab's unter meinem letzten Video gesehen, also der letzten Outlast Whistleblower-Episode, haben übel viele Leute geschrieben, hey, spiel Poppy Playtime, das wär übelst was für dich. Und da gibt's anscheinend unglaublich viele Jumpscares. Soweit ich's verstanden hab, kommt man irgendwie in so eine Fabrik, wo Spielzeug hergestellt wurde. Und du musst irgendwie der Sache auf den Grund gehen, warum alle Mitarbeiter verschwunden sind in der Fabrik oder so. Und anscheinend ist das richtig übel mit ganz, ganz vielen Jumpscares. Mehr weiß ich nicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was uns da in Poppy Playtime erwarten wird. Das ist irgendwie Kapitel 1, es gibt irgendwie mehrere Kapitel. Ich hab auch gelesen, dass man ein Kapitel in einem Video schafft. Das heißt, wenn ich mich gut anstelle, sollte das eigentlich alles in einem Video heute geschafft werden. Und ich bin sehr gespannt. Deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht mal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo. Und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und wir springen jetzt in das Spiel Poppy Playtime. Kein Plan, was ihr mir da empfohlen habt. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Alright, meine Freunde, Poppy Playtime. Play. Oi. Okay, das sieht creepy aus. Chapter 1. A tight squeeze. Ja, als blablabla, Final Return to the Effect. Okay, also so wie ich es verstanden habe. Du warst halt eben mal ein Mitarbeiter von Playtime Co. Also das ist wahrscheinlich dieses Unternehmen, diese Fabrik, die eben ein Spielzeug hergestellt hat. Du kommst eben nach sehr, sehr vielen Jahren wieder zurück zu dieser Fabrik, nachdem jeder auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Okay. New Game. Da bin ich wirklich gespannt, was uns hier erwartet, weil ich hab keinen blassen Schimmer, ne? Hallo. Okay, es wurde in eine Puppe hergestellt. Wie Poppy heißt. Poppy ist so liebbar als eine echte Mädchen. Und sie spricht auch wie eine. Hi, mein Name ist Poppy. Ich liebe dich. Kannst du mir helfen, meine Schuhe zu schützen? Wieso, natürlich, Poppy. Just wie eine echte Mädchen, Poppy will sie immer besser sehen. Perfekt. Danke. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a Poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? Ich bin ein реальноer Mädchen. Just like you. Was ist die Zeit? Playtime! Hey! Hey! If you've ever wanted to see how all of the nations favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just 2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory! We can... Okay. Also, ich denke, ihr habt es verstanden. Schlussendlich ging es um eine Puppe, die hergestellt wurde. Und die konnte mit Kindern reden. Die schlauste Puppe aller Zeiten anscheinend. Okay. Jeder glaubt, die Mitarbeiter sind vor 10 Jahren verschwunden. Wir sind immer noch hier. Finde die Blume. Okay. Und für nur 2.99 € konnte man in diese Fabrik gehen, um zu schauen, wie alles hergestellt wird. Voll günstig. Escape für Pause. Okay. Na, wir sind jetzt in dieser Fabrik. Stifte. Und eine gute alte Röhre. Und eine Kassette. Kann man die aufnehmen? Oder so. Leath Pier Closing. Oh. Tab. Items. Hier. Die Kassette. Äh. Okay. Boah, ich hasse das, wenn die Menüs so trashy sind, gell. Kann man hier zufälligerweise die Kassette irgendwie reintun. Ah, guck mal. Vielleicht hier. Ah ja, das sind grüne. Ah ja. Tschau mal. Hi. Mein Name ist Leith Pierre. Und ich bin der Head of Innovation hier, at the Playtime Co-Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser. Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain, whatever you're doing, is worth it. Na gut. Wie auch immer. Was ist das? Hallo? Äh. Was zum Teufel? Es fängt einfach direkt mit nem Rätsel an, oder was? Come on. Ich hasse Rätsel. Vielleicht müssen wir da auch gar nicht lang. Oder gab's hier irgendeine Möglichkeit irgendwas zu finden? Welcome. Was ist das für ein creepy Geräusch? Ah, es ist ein Zug. Schaut mal. Hallo. Boogie-Bot. Boogie-Bot. Okay, das sind die ganzen Spielsagen. Oh, schon geil, gell? Also, ich hätt da schon Bock drauf, mal so in so ein verlassene Spiel-Factory zu gehen. Das ist bestimmt geil. Aber was soll ich hier tun? Was ist hier drin? Huggy. Oh, Huggy! Also, Umarmungen, hm? Umarmy. Wenn man das so übersetzen würde. Candy Cat. Oh, warum hat sich... Ach, das... Ah, das bewegt sich, wenn man entgegenläuft. Okay, verstehe. Das auch? Ja. Okay. I see, I see. So, jetzt müssen wir nur rausfinden, was wir hier machen müssen. Es ist stockdunkel, ey. Ich seh fast gar nichts. Diese ganzen Huggy's sind alle leer. Hier ist auch alles leer. Ach, man kann auch hüpfen. I see. Kann ich hier irgendwas an dem Zug? Ne, sieht nicht so aus. Okay, also nochmal, um es richtig verstanden zu haben. Ich bin jetzt irgendein Typ, der hier mal gearbeitet hat. Ich bin zurückgekommen, weil ich rausfinden möchte, was hier passiert ist. Ich verstehe. Okay. Kann man mit dem Zug irgendwie interacten? Ach, guck mal. Was ist, wenn das hier die Code... Das ist wahrscheinlich die Farbe für da hinten. Grün. Rosa. Gelb. Rot. Grün. Rosa. Gelb. Rot. Grün. Rosa. Gelb. Rot. Grün. Rosa. Gelb. Rot. Yes! Woo! Ey, ihr wisst, wie sehr ich mich freue, wenn ich Rätsel selber löse. Das ist einfach ein geiles Feeling. Also schlussendlich war der Zug, waren die Farben. Ein Kassettenrecorder. Ein blauer diesmal. Brauchen wir jetzt ein blaues Tape? Ja. Boah. Playtime. Grab Pack. Okay. So chill's. Ach, das macht man sich hinten dran. Okay. Okay. Okay, das ist das cooles Teil. Aha. Okay. Oh, ist das jetzt irgendwas, das wir nutzen müssen oder was? Grab Pack. Responsibility. Responsibility. Okay. What's the time? Playtime! Woo! Das ist wahrscheinlich... Aha. Okay. Ja, ich dachte es mir schon. Äh. Okay. Hold down to pull objects. Oh! Alter! Einfach den Spider-Man Move jetzt hier ausgepackt oder was? Okay, das ist witzig. Äh. Also nochmal kurz. Ist das... Ihr seid euch sicher. Ist das wirklich ein Horror-Game? Okay. Das soll wirklich ein Horror-Game sein, ja? Also, okay. Wenn ihr meint. Ich mein, ihr habt mir gesagt, das soll ich als... Das soll ich unbedingt spielen, dieses Spiel. Also. Ich weiß ja nicht. Es ist ja super gruselig, dieses Spiel. Uh. Ich hab so Angst. Soll ich jetzt hier irgendwie alle auseinanderräumen oder was ist hier gerade meine Aufgabe? Wahrscheinlich gibt's in dem Raum einfach gar nichts mehr zu machen und ich muss irgendwo anders hin. Also ja, es hat so ein bisschen creepy Atmosphäre, aber um ehrlich zu sein, weiß ich immer nicht genau, warum ihr mir dieses Spiel empfohlen habt. Ach, da kann man drüber? Ah, guck mal. Okay, ich bin übertrieben konfuse, gell? Bis jetzt. Ui! Äh, ja, okay. Ich weiß nicht warum, aber das Teil sieht creepy aus, man. No joke. Hi, high five. High five. Äh, äh, okay. Hagiwagi. Das ist Hagiwagi. Okay, also das soll anscheinend das beliebteste und meistgekaufteste Spielzeug gewesen sein. Was war das denn? Hagiwagi. Ach, okay, und hier sind die drin, aber was sind das die Hagiwagi? I see. Also ich sehe auf jeden Fall, wir werden irgendwie eine rote Hand noch brauchen, weil hier gibt's nämlich irgendwie so Türen für eine rote Hand und Türen für eine blaue Hand. Machen wir mal so. Was jetzt passiert? Oh. Sorry. Äh. Entschuldigung. Ich wollte das jetzt hier nicht kaputt machen. Ja, und das bringt nichts, weil da brauche ich noch eine rote Hand dazu. Okay, okay, okay. Und hier kann man nichts machen. Hagi. Ah! Was habe ich hier gerade aufgesammelt? Was habe ich hier gerade aufgesammelt? Item? Ja, was ist das? Warum kann man das nicht anschauen, Mann? Okay, es ist ein Schlüssel. Es ist ein Power. Ah! Ah! I see. Okay. Oh Junge, warum ist das so dunkel? Ich mag's nicht, wenn Spiele so dunkel sind. Aber das Ding ist ja, da ich absolut nichts von diesem Spiel weiß. Was ist das? Ich weiß ja wirklich nichts von dem Spiel. Das heißt, ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Was in diesem Spiel überhaupt passiert. Und was man hier macht. Don't stay past. Ist ja company time. Mir tun übel die Augen heute weh. Also, falls ihr mir jetzt wieder in die Kommentare schreibt. Dennis, hast du gekifft? Oder warum hast du so rote Augen? Ich habe einfach übelst Heuschnupfen. Ich habe totale Ding-Allergie. Wie heißt's? Äh, voll glücklich. Grab. Okay. Noch bin ich ein bisschen konfus, was das Game angeht. Weil ich keine Ahnung habe, was man hier machen soll. High Voltage. Ja, da kannst du wahrscheinlich... Touch wire to the power. Äh, to power. Ja, aber welche wire? Ach, hier? Nein. Ne, ich muss schon... Also, das hier berühren. So. Und jetzt muss ich hier irgendwas touchen, oder was? Das hier, oder wie? Das geht ja nicht. Grab. Das muss ich grabben. Ah, so, oder was? Ah, icy. Okay. Und jetzt? Hier noch rüber. Ah. Okay. Also, ich nehme mal an, wir haben wieder Strom. Oh nein! Und dieses Teil ist weg. Haki-waki, oder wie das Ding hieß, ist weg. Okay. Ja. Oh, das ist Blut. Ist das Blut? Make a friend. Halt in meine Augen, ey. Oh, was war das? Ha! Safe gehe ich da nicht rein. Ich muss da rein. To hell. To hell. Stairway to hell. Ha! Ja, okay, dann gehe ich da rein. Ha, ha! Ha! Ich habe mich nicht hier schon. Okay, orange. Das heißt, wir brauchen ein orangenes Tape. Alter, das Spiel ist so dunkel, man sieht hier gar nichts. Vielleicht sollte ich irgendwie die Ehrlichkeit nochmal erhöhen oder so, aber ich sehe hier nichts. Gibt es hier irgendwie ein orangenes Tape hier oben? Aha, guck mal, das ist hier so, da wurde das so hergestellt. Und hier, was ist durch? Nein, kann man nicht. Okay, was ist das? Was habe ich da gerade eingesammelt? Ah, eine Sicherung. IC. Kann ich da jetzt schon was rein? Okay. Haki says, remember to take breaks. Okay. Es hört sich so psycho alles an, was die hier gemacht haben. So, guck mal, ihr müsst mal überlegen, das sind ja die ganzen Mitarbeiter so. Also das Tape liegt hier nicht, oder? Das ist dann wahrscheinlich hier vorne. Wie die mit den Mitarbeitern geredet haben, so. Haki sagt, ihr sollt Pausen machen. Ist das das Tape? Nein. Ey, das Ding ist, ich sehe halt gar nichts. Es ist übel dunkel. Guck mal, hier der Puppenkopf. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht schnappen. Ah, guck mal, da ist so ein... Das brauchen wir auch. Eine Sicherung. Ja, also bis jetzt ist es halt irgendwie, gibt schon creepy Vibe. Aber ich weiß immer noch nicht genau, warum ihr gesagt habt, ich muss das unbedingt spielen. Das wäre was. Ah, okay. Ah, IC. Ah, da kommen wir dann wieder zurück. Okay. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir sind in einer Spielzeugfabrik. Da ist das Tape. Okay. Okay, nice. Wir haben das Tape. Jetzt lass trotzdem mal kurz hier durchlaufen, was es hier noch gibt. Hier brauchen wir auch wieder eine zweite Hand. Sonst kommen wir nicht weiter. Hier ist noch eine Sicherung. Also klar, ich verstehe schon, was wir machen müssen. Ich meine, wir wollen halt der Sache auf den Grund gehen, was passiert ist. Also warum die ganzen Mitarbeiter verschwunden sind. Ich weiß nicht. Aber... Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube dadurch, dass wir gerade den Strom aktiviert haben, haben wir dieses Viech aktiviert. Und dieses Viech hat wahrscheinlich alle Mitarbeiter geschnappt oder so. Also, I don't know. Jetzt machen wir mal hier die Kassette rein. Ich weiß nicht. 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 Es ist ein tolles Programm, aber... Es ist einfach schwer, wenn man die Kassette auf unseren Nächsten zu tun. Denn wir können nicht die Kassette schlussendungen finden. Rich. Du bist richtig. Du bist richtig. Es ist für die Kassette. Ich habe nur noch mehr Kassette. Alles. Alles weniger wäre mehr kassette. Ist... Ist das sogar ein Wort? Kassette. Kassette. Wie. Ach guck mal. Da rum ist eine Überwachungskamera. Kann ich hier drüber? Ne. Hä? Also, mir fehlt noch eine. Und zwar eine gelbe. Eine gelbe Sicherung. Haben wir hier irgendwo noch eine gesehen? Damn. Die muss ich übersehen haben, oder? Ach, da ist sie. Okay. War die vorher schon da und ich habe es wieder nicht gesehen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Also, ich wette, ich habe es wieder übersehen. Okay. Ab nach oben. Machen wir die Sicherung fest und dann mal schauen, was hier passiert. Es werde Licht. Wenn man irgendein Greifarm gibt, kriege ich jetzt meinen roten Arm. Bringt mir den roten Arm. Hier möchte ich ihn draufgestillt bekommen. Hey. Hallo. Nicht fallen lassen. Geil. Joho. Woo. Joho. Okay, das ist cool. Das ist cool. Zwei. Äh. Zack. Und. Zack. Jetzt das Fließband. Oder was? Okay. Das ist cool. Zwei. Okay. Ist das der... Ist das das einzige? Gab es nur das hier? Tatsache. Ja. Okay. Dann müssen wir lieber das... Das leuchtet da hinten. Dann müssen wir da hinten wohl los. Es ist so albern irgendwie. Ui. Ganz ruhig. Grab to complete... Ah. Mit rot. Oder was? Danger. Do not enter. Okay. Muss ich das jetzt hier grabben? Das geht doch gar nicht. Okay. Kann ich nicht grabben. Achso. Aber ich komme sonst auch nicht hoch. Verdammt. Ach. So ist das. Okay. Kleines Labyrinth. Oder wie? Oh Gott. Wenn man sich hier irgendwelche Wege merken muss, dann ciao. Also ich nehme mal an. Hier ist hier da irgendwo so ein Stromding. Äh. Ja, das klingt das. Eins. Okay. Eins. Okay. I see. Jetzt müssen wir hier rum. Ey, warte mal. Das ist nicht so gut. Wenn man das so... Zack. Zack. Okay. So, dann halt nicht. Ah Mist, da bin ich falsch runter. Ich hätte von der anderen Seite runter müssen. Okay. Ich habe es verstanden. Also. Nochmal. Das geht aber jetzt noch nicht, gell? Nice. Okay. Strom. Hier runter. Jetzt gehen wir hier rüber. Und Schuss. Krass. Yes. Woo. Es hat so ein bisschen Five Nights at Freddy Vibes finde ich das Game. Aber es ist ein Stock dunkel so. Und man sieht da einfach gar nichts. Okay. Huh. Okay. Oh, jetzt checke ich es gar nicht mehr. Hi. Ich bin der Neue. Okay, da ist Blut an den Wänden. Das sehe ich. Wir sehen, etwas passiert. Make a friend. Diese ganzen Schalter funktionieren alle nicht. Okay. Das haben wir vorher schon gesehen. Nobody leaves without a toy. Also niemand geht ohne ein, ohne ein, äh, ein Spielzeug. Ja, das ist doch Blut, oder? Oder soll das Rost sein? Pink. Okay, wir bauen eine pinke Kassette. Gucken wir mal, was man uns diesmal erklärt. Eins. Also langsam versteht man auch das Konzept. Kann ich das herziehen? Äh, Moment mal. Wir brauchen Strom. Einmal hier. Wir brauchen Strom einmal hier. Ah, das reicht nicht. Äh, Moment mal. So, nochmal. Zack. Ist es einfach nur so rüberlaufen, oder was? Ne, das kann nicht sein. Dann reicht es wieder nicht. Moment mal. Ich muss ja auch hier rüberkommen. Ja, und hier ist dann das Letzte. Hier müssen wir den Strom dann aktivieren. Okay. Ah, IC. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Also dann nochmal von vorne. Also, wir müssen einmal hier ziehen. Okay. So. Jetzt nehmen wir den Strom mit. Gehen hier rüber. Gehen dann so. Dann greift es nicht. Ne, ne, wir brauchen ja das noch. Okay, dann nochmal zurück. Moment. Waren wir größer und oben. Alles so. Ah, verdammt. Jetzt komme ich hier wieder nicht rüber. Moment mal. Das ist von da. Wir müssen das hier mitnehmen. Das, das muss mit. So. Das hier muss aber auch mit. Ja. Oh, jetzt habe ich den Knoten reingemacht. Moment. So. So. Meine Arme weichen halt nicht so weit. Äh? Okay, nochmal. So. Strom. Nee, das ist glaube ich nicht richtig so. Und wenn wir das so machen. Moment. Wenn wir hier so rüber gehen. Ja, aber jetzt müssten wir halt da rüber kommen. Geht das irgendwie so. Das muss halt rüber gezogen werden. Ah, warte mal. Ich weiß wie. Jetzt sind wir ja schon drüben. Jetzt können wir hier rüber. Ziehen das wieder her. So. Und jetzt geht es nämlich auf. Was ist denn jetzt passiert? Moment mal. So. Das loslassen. So. Jetzt nehmen wir das mit. Hä? Wie habe ich das vorher gemacht? Scheiße, jetzt bin ich mir gut. Moment. Falsch. Wir sind hier rüber. Haben den hier mitgenommen. Haben den mitgenommen. Und jetzt. Ja. Good job. Okay. Und was ist jetzt passiert? Okay. Jetzt ist da unten Strom oder wie. Also ich weiß nicht. Bis jetzt. Ich habe keinen Plan. Warum. Also. Weiß nicht. Bis jetzt. Ist ja nicht wirklich viel Horror dabei. Muss ich ehrlich sagen. Bis jetzt ist es eher albern. Jetzt hier Strom. Und jetzt machen wir das hier an. Oder was? Nö. Aha. Achso. Sollen wir hier durch? Geht gar nicht. Also. Ich hätte. Ich hätte gedacht. Man muss da hinten durch. Okay. Wir brauchen übrigens noch so eine pinke Kassette. Fällt mir gerade ein. Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe da oben den Strom angemacht. Und jetzt? Eine Ewigkeit später. Oh Junge. Ha. Okay. Okay. Ja cool. Okay. Gutes versteckt dafür. Schauen wir uns die Kassette an. So Stella. What made you want to work at the Playtime Co factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience. That's a pretty great feeling too. Sometimes though I really, really wish I could go back. To being a kid. I mean. And it's weird. And it's weird. Cause adults are just kids. But older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older. And older. And then you die. Poof. Human bodies just can't stay young forever. There's things though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean. The oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright. I think we're getting a little off track. Awww. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Uuh! Wuh! Okay. 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 Was ist jetzt hier genau passiert? Ich darf trotzdem noch Nicht hier durch Klasse Ah Und jetzt können wir die betätigen Ja da kommen mal etwas Sachen draus Darf ich jetzt auch mit? Ich würde auch gerne mitgehen Ich darf nicht Okay Jo und was sollen wir das jetzt gemacht haben? Sollen wir jetzt wieder zurück oder? Da können wir ja gar nicht Stimmt Ho 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 Ich glaube wir haben ein bisschen Schil überladen Ho ho da ist offen Ne Da ist nur das Zeug drin Was genau passiert hier gerade? Okay was ist das hier? Ach muss man da was drauflegen? Kann das sein? Ach oder wird da gerade was hergestellt? Und das kommt dann hier fertig raus Und das müssen wir dann auf das Tablett legen Kann das sein? Ja guck mal da kommt was Okay Ja guck mal das was wir safe da drauflegen Weil das leuchtet Ja irgendwie ist das verpackt Seht ihr das? Irgendwas stimmt mit dem Licht doch nicht in dem Spiel Wo ist es denn? Ah da kommt es Geht es jetzt auf und wir können da auch durch? Nö Okay dann nehmen wir das jetzt Ja wir müssen das safe da drauflegen Weil da steht ja Oh scheiße wo ist es hin? Oder habe ich es eingesammelt? Ah ja Hier steht ja Gehe niemals ohne ein Spielzeug Ja Oh Junge Es ist alles zu Da ist offen Alter Alter Junge Ich habe null damit gerechnet gerade Das ist doch nur ein Spielzeug Warum habe ich so Angst davor Ich weiß schon warum ihr Ich weiß schon warum ihr Warum ihr mit das Symbolen habt Hilfe ich komme nicht für euch Was Habe ich verloren? Mir ist schon klar warum ihr mir das Spiel empfohlen habt Achso na super Jetzt darf ich das von vorne nochmal spielen Ich wusste dass es kommt Aber ich habe mich trotzdem nochmal erschrocken Okay runter Junge das Teil ist ultra creepy Ah hier Okay 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 Yo chill Bitch Ich weiß warum ihr mir das Spiel empfohlen habt Ich weiß ganz genau warum ihr mir das Spiel empfohlen habt Ich weiß es ganz genau Alter Alter Okay Es ist gut Ohne Witz ich war kurz davor zu sagen Alter das Spiel ist ultra trash Ich werde es jetzt nicht mehr spielen Komm 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 Okay Nein wir bleiben cool Ich verstehe jetzt warum ihr mir das Spiel empfohlen habt Mein Gott ey Das ist Okay das ist krank Das ist gut gemacht Das ist wirklich gut Das ist ein blödes Spielzeug Was einen jagt Ah die Art wie es aussieht Das ist geisteskrank Jetzt kommt die krasse Achterbahn Achtung Kommt nicht Wann kommt sie? Jetzt kommt sie Okay so Weiter 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 Nein ich hänge fest Wo ist das übel nah? Irgendwo hier muss ich doch abbiegen Hier Und jetzt Ah Verdammt In die Richtung Lauf Junge Lauf 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 Oh mein Gott Ah es kommt Ich hab ich hab krank Warum läuft Oh mein Gott Es ist in reverse Schneller Was war das? Was? Was? Hey 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 Wo ist es? Junge Was ist das? Das ist ja Absolut geisteskrank Okay Okay Also ich hab Wirklich Ich schwöre euch Ich hab Mit vielleicht dem ein oder anderen Jumpscare gerechnet Ja Aber nicht mit sowas Ich hab wirklich nicht mit sowas gerechnet Okay Lauf Ich begele euch irgendwie Ich schwitze Oh Gott Ich hoffe ich kann mir den ganzen Weg nochmal merken Okay Lauf 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 Da lang Weiter 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 Vor allem das Teil sieht ultra krass aus Das Game an sich sieht irgendwie Ja Das hat so eine mittelmäßige Grafik Ne Und dann kommt dieses Teil Und das ist super gut animiert Das sieht mega real aus Und das macht wirklich Angst So Hier lang Laufen 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 Okay Ich hab so Schiss Ich hab so Schiss Wann kommt Wann kommt Hier Hier lang Hier lang Jetzt geht es zu Die wollen dir Angst machen Wie irgendwie das auch aussieht Die wollen dir Angst machen Stop Danger steht da Du läufst einfach weiter Jetzt kommt das Reverse Du musst einfach weiterlaufen Du musst einfach weiterlaufen Jetzt geht die Achterbahn nach unten Jetzt stehen wir hier Und ich glaube jetzt muss ich hier irgendwas machen Sieh Ich hab nur zwei Hände Uah Alter Uah Oh Junge Da fällt's Es hat geblutet Äh Es hat geblutet Da ist die Blume Da ist die Blume Find the Flower Oder sowas Hat er gesagt am Anfang Ich hab die Flower gefeindet Bruder Ich hab die Flower gefeindet Was ist das für ein Spiel Das ist ja gestört Kassette Da hinten Kassette rein Alter Schwede Das war intens Haha War geil Ich hab's mir gedacht Ich hab's mir gedacht Der Bist du Das ist Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du ? in einem sichereren Ort. Ich bin nicht so worried about myself. Ein Breakthrough und ich werde zurück. Wir müssen nach vorne und die ausgeübt haben in der Fabrik. Ich verstehe schon. Die Fabrik ist riesig. Wie das Viech darunter geplumpst ist. Alter, das sah übel aus, oder? No, run, stop, go back. Danger, turn around. Ich bin around geturnt und ich gehe da jetzt rein. Ich gehe da jetzt rein. Yo. Das gibt mir so ein bisschen Visage-Vibes. Oh Gott, so ein endloser Raum, oder was? Beruhigende Musik? Nein. Ganz und gar. Darf ich sagen, dass ich mich unwohl fühle? Da ist was. Das ist Bewegung. Also, ich würde gerne sagen, dass ich mich unwohl fühle. Okay. Das ist die Puppe, oder was, von denen immer alle gesprochen hatten? Hallo. Ah. Ja, mach doch auf, Junge. Du hast meinen Käse öffnest. Uh, okay. It's over, oder was? Chapter 1, a tight squeeze. Okay. Oh, wow. Also, ganz ehrlich, meine Meinung dazu? Ich fand's anfangs übel-lash und dachte mir so, was ist das für ein Kackspiel? So irgendwelche blöden Rätsel da mit der Elektrizität und irgendwie so rumgelatscht die ganze Zeit und mit den Händen so blub, blub, blub. Yo, aber am Schluss? Alter. Übel intensiv hat mega Bock gemacht. Also, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, ich war so voll so, oh, scheiße, Mann. Das Video macht gerade gar keinen Sinn. Das Game lohnt sich gar nicht. Ich weiß, warum ich es mir empfohlen habe. Ja, ich weiß ganz genau. Ich fand's übel geil. Also, es war Kapitel 1, meine Freunde. Es gibt, ich glaube, zwei Kapitel oder drei Kapitel. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das erste ist übrigens kostenlos. Also, wenn der ein oder andere das spielen möchte, das gibt's auf Steam. Und die weiteren Kapitel kosten dann. Aber wenn ihr Bock habt, dann kaufe ich das Ganze und wir spielen das nächste Kapitel. Also, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wollt ihr, dass wir diese Geschichte, dieses Poppy Playtime weiterspielen, dieses Spiel? Oder sagt ihr eher, ja, das war jetzt mal nett für einmal, aber ich möchte nicht wissen, wie es weitergeht. Ihr seid natürlich wieder gefragt. Das heißt, ihr dürft entscheiden, was nächsten Montag online kommt. Soll es das zweite Kapitel werden? Boah, ich hab übel gespuckt. Wollt ihr das zweite Kapitel von Poppy Playtime sehen? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und schreibt einfach sowas wie ja oder eben nein. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Nächsten Montag natürlich wieder mit einem weiteren Horrorgame. Ob es der zweite Teil von Poppy Playtime wird, beziehungsweise die Fortsetzung in Kapitel 2 oder ein anderes Horrorgame. Das werden wir sehen. Wie gesagt, wenn ihr andere Horrorgame-Vorschläge habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, das wäre nice, wenn es ein Horrorgame ist, was man in einer Episode durchspielen kann. Weil wie gesagt, es lohnt sich gerade nicht, ein Let's Play zu starten, weil ja The Query bald kommt. The Query kommt ja, glaube ich, in zwei Wochen online, äh, in zwei Wochen online. The Query kommt ja, glaube ich, in zwei oder drei Wochen schon auf den Markt. Und das werden wir dann gemeinsam let's playen. Deswegen würde es sich nicht lohnen, jetzt irgendwie ein großes Let's Play zu starten. Und um die Zeit zu überbrücken, spiele ich halt jetzt eher so kleinere Horrorgames. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020